Hey Leute, ja ihr habt richtig gelesen, wenn ihr das folgende Rätsel gelöst bekommt, dann gibt es tatsächlich eine Million Dollar für euch. Wirklich kein Scherz. Und was ihr genau tun müsst, um an das Geld zu kommen, das zeigen wir euch jetzt. Los geht's! Das Rätsel, das es zu lösen gilt, stellt für Experten ein unlösbares mathematisches Problem dar. Nicht einmal die leistungsfähigsten Computer der Welt haben es bisher geschafft, dieses Rätsel zu lösen. Das Rätsel basiert auf dem sogenannten Queens Puzzle, auf Deutsch auch Damenproblem genannt, aus dem Jahr 1850. Auch wenn das Ganze jetzt erst einmal nach Schach aussieht, so ist es doch etwas anderes. Acht Damen müssen auf einem 8x8 Feldern großen Spielfeld so platziert werden, dass sie sich nicht gegenseitig schlagen können. Die Frage ist jetzt aber nicht, wie man sie platzieren muss, sondern wie viele maximale Möglichkeiten es gibt, sie zu platzieren. Zur Erinnerung, eine Dame kann sich beim Schach immer horizontal, vertikal und diagonal bewegen. Experten konnten dieses Rätsel bereits lösen und fanden 92 verschiedene Lösungsmöglichkeiten heraus. Nach dieser kurzen Erklärung kommen wir also nun zum 1-Millionen-Dollar-Rätsel. Das Ganze basiert wieder auf der Grundlage des Queens Puzzles, doch nun gilt es 1000 Damen auf einem 1000x1000 Feldern großen Spielfeld zu platzieren. Die Millionenfrage lautet, wie viele Lösungsmöglichkeiten gibt es? Das Clay Mathematics Institute hat dieses Rätsel zur Millennium-Aufgabe erklärt und verspricht dem, der das Rätsel lösen kann, einen Preis von 1-Millionen-Dollar. Laut Experten sind aktuell nicht mal die stärksten Computer der Welt in der Lage, diese Berechnungen durchzuführen. Und sollte es dennoch einer schaffen, dann wäre dieser so leistungsstark, dass er jedes Sicherheitssystem der Welt knacken könnte. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr eine Lösungsidee? Ich leider nicht und daher bleiben mir die 1-Millionen-Dollar wohl auf ewig verwehrt. Schade. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch mal einen Daumen nach oben, denn dann wissen wir Bescheid. Hier haben wir jetzt noch weitere coole Rätsel für euch, bei denen ihr zwar nicht 1-Millionen-Dollar gewinnen könnt, die dafür aber auch ein kleines bisschen einfacher sind. Zum Anschauen einfach in die Mitte auf das Video klicken. Und damit war's das auch schon wieder für heute. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Tschau.